So... Mal gucken, was finden wir denn hier noch so? Vielleicht ein Schmerzmittelchen? Nix, schade. Schade. Selber fahren mit dem Ding können wir auch nicht. Das wäre mal ganz lustig geworden. Ja, ich denke mal, dass wir hier weiter müssen. Ja, fein. Bisschen. Muni. So, ist hier... Sonst ist hier keiner mehr, ne? Fabiana war ja eben hier in diesem... Ding hier. Was ist das denn? Ja. Ach, das ist, äh, unten. Vom LMG Teil 2. Gut. So... Vielleicht ist hier auf dem Boot mal was Feines. Ich hätte vielleicht mal hier auf die... Auf diese Dinger hier schießen sollen. Mann, hier ist auch nichts. Was zur Hölle? Was, 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 was? Wo? Was? Wir hatten nämlich auf einmal so getroffen und... Ach, ne. So. Gute Nacht. Also müssen wir wahrscheinlich jetzt... Mannen mal durch. Tatsächlich. Oh. Eieieieiei. So. Ach, schon wieder ein Boot? So. Oh, ich glaub der ist auf die... Ja, Peter, alle gibt's ein Boot nicht, lol. Aber das Boot ist wenigstens eingeparkt. Oh, der nächste. Schön auf dem Kopf. Mann, Mann, stirbt denn der endlich? So. Ist das zufällig noch einer? Ja. Oh. Scheiße. Eine Painkiller mehr. Ähm. Ich hör auf jeden Fall noch welche von diesen... Ich hör die Schreihilse noch. Ich bin fast überhaupt nicht hinten. Ich würd auch gerne nochmal hier... Ah, da ist einer. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach. So, jetzt aber. Ah, noch welche? Oh. Oh, 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 ah. Ja, jetzt muss man mal eine Granate haben. Ich bleib hier erstmal so. Vielleicht kann ich... Äh, kaum, kaum, ähm... Bullet-Time hab ich grad. So, aber da müsste doch noch einer theoretisch hinter sitzen, oder nicht? Da vertue ich mich da. Na? 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 Oh, 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 oh. Oi, 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 oi. Da ist noch einer. Ah, so geht's auch. Sonst hätte ich sie jetzt flambiert. Haben wir denn hier vielleicht noch was Feines drin? Ah, Pinke. Gut, 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 gut. Wichtig, 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 wichtig. So. Aber hier können wir jetzt nicht irgendwelche schönen Knöpfchen drücken, nein. Dann gehen wir mal wieder weiter. Was haben wir denn hier? Ach, und so ein Leuchtfeuer. Ja. Ich glaube, sonst ist hier auch nichts mehr. Ach, das ist nur so ein gelbes Blatt. Ich dachte, da wäre Teil 3 von 3 vom goldenen LMG. Vom Light Machine Gun. Vom Light Machine Gewehr. So. Das war aber bestimmt nicht der letzte und ich meine, ich habe auch noch welche gehört. Ja, da. Das ist eindeutig noch einer. Oh, zwei sogar noch. Sind die tot? Nein. Jetzt aber. Schon wieder ein Boot, ey. Wo wollen die alle hin? Oh, das war glaube ich enger als gedacht. Ja. Max dreht sich gerne wie ein Schwein im Schlamm. Na ja. So. Der hat auch gerade seine letzten Patronen in seinem Leben verschossen. Von wo? What the fuck? Ach, von da. Von vorne. Boah. Schön. Ah, nochmal zum Genießen. Ja. Aber Schmerzmittelchen hat zufällig gerade keiner dabei, oder? Anscheinend eher weniger. Gehen wir mal hier weiter. Ja, sicher. Ah, Fabiana sieht doch irgendwie ein bisschen abgefuckt aus jetzt. Ach, schon wieder zu spät. Nein. Vielleicht fliegt ja alles in der Luft. Komm schon. Hammer Inszenierung, muss man mal sagen. Das erinnert mich jetzt irgendwie an eine Bierwerbung. So. Passhorse, oder wer ist das? Ja. Was ist going on? Where's Fabiana? They took her in a boat. That way. Straight ahead. Okay, okay, don't worry. Ja Max ist auf jeden Fall immer super gelaunt, aber wenn ich mich recht erinnere war das auch früh morgens, ne, die Aktion. Er sagt von sich selber, dass er ein Penner ist, der im Dschungel unterwegs ist. Da kommt schon, ah hier haben wir jetzt mal ein richtiges MG. Da kommt schon, da ist ja noch einer. Oh, wow. Auch nicht schlecht. Wahrscheinlich kriegen wir noch. Der ist aber eine Frisur, ne? Och ne, Molotow Cocktails. Das darf uns nicht passieren. Nein! Nein, nein, nein! Wow! So, das... Was ist... What the fuck? Oh, auf der Brücke, auf der Brücke. So, der ist tot. Wow. Das hab ich ja viel zu spät gesehen. Wenn es nicht kaputt ist. So, mehr dürften ja eigentlich gar nicht auf so einem verkackten Boot drauf sein. Ui! Das ist aber eine Gegend hier. Oh, der nächste. Der hat eine richtige Granate geworfen. Kann ich auch sagen, dass er nicht so gut aussieht. Wow! So. Wir sind aber schön schnell erledigt mit dem MG. Mit dem MG. So, komm schon. Nein! Die nächste Granate. Fuck! Ui! Oh! Der hat Spaß, ja. 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 So, die nächsten, die dran glauben müssen, sind die hier auf der Seite. Guckt mir leid, fühlt euch, aber ihr müsst jetzt sterben. So. Das Boot sieht nicht wunderbar gut aus und so. Scheiße. Schon. Raoul, Chris hat wohl wieder in. Nicht zu lange hinterher. Überhetzt uns und da ist MG. Oh, da fliegt der Wort gleich, alles nicht. Was ist denn jetzt los mit dem verkackten Boot hier? Hä? Hey, ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Hier kannst du es tun. Ja, sauber. Sehr cool. Hey, du siehst das? Scheiße. Schau nach vorne. Boah. So. Ich finde, bei Max ist das auch mal nur so ein ganz, ganz knapper Grad zwischen Sarkasmus und Realität. Was er sagt. So. Zynika ist auf jeden Fall. Ja? Oh, scheiße. Ich glaube, da hat man wieder eine Granat oder irgendwie sowas auf uns gebrochen. Waffe wird zu heiß, ja. Wo? Ach. Ach, fuck. Ach, lol. Scheiße, jetzt ist da der Weg versperrt. Na, hoffentlich lernen wir bei dem Weg nicht bei irgendjemandem im Vorgarten. So. Ja, oh, da sitzt da noch einer drin. Ich dachte, sie wären alle tot. Aber unserem Boot geht's ganz gut. Ja, hier nach dem Rauch zu beurteilen, vielleicht nicht ganz so gut, aber wenn man da mal rechts guckt, dann sieht man das Boot. Ich dachte, das wäre eine Patrone. Aber das ist die Schadensanzeige vom Boot. So. Schaut. Müsste es gewesen sein, ja. Boah, schön, wie er das ganze Mutternarschpitzt. Ein Ding schön, ja. Da sind noch welche. Hm, jetzt wirklich. Das glaube ich auch, dass sie mir ganz ammer haben. Ja, so. Schön, wie hier gerade die Sonne aufgeht. So, da hinten. Ja, den Anblick können wir nicht lange genießen. Die Luft ist mittlerweile durchdrängt von Glei. Ach, fuck, die wollen uns abdrehen. Aber das lassen wir nicht mit uns machen. Halt, stopp. Das geht so nicht. Na, komm, schon. Ich dachte, die Wände ist alt. Boah, wie viele kommen denn da noch? Das gibt's ja wohl nicht. Die sind ja noch nicht mal mehr tot auf dem anderen Boot. Ach, scheiße. Das sind die Gäge jetzt schon wieder ein bisschen warm. Massengrad, 500 Kills. Ach, du scheiße.